Und damit gehört, Leute, was kommt mit Herz kommt zu einer neuen Folge von New of Falling Leaf. Heute das grande Finale. Trotzdem starten wir erstmal rein mit Hello's End. Ganz genau. Ein wunderbares Horror-Level tatsächlich. Oh, hier mit Grabsteinen, Koopas und diesen alten Dinosauriern drauf. Wie krass. In den Kürbissen befinden sich tatsächlich nur Münzen. Oh, die hier sollte ich vielleicht nicht kaputt machen. Oh, da links war aber was hier unten. Was ist hier? Gar nichts. Cool. Dankeschön. By the way, falls ihr Rauschen im Hintergrund hört, Das liegt daran, dass es einfach unmenschlich heiß ist und der Ventilator wie ein Propeller-Flugzeug in mein Gesicht rattert. Der Ventilator. Okay, der Koopa respawnt tatsächlich, wenn wir wieder ein Stück weglaufen. Ich will nur an die Starcoin, bitte. Schade. Wir sind oben. Let's go. Hardcore Trick Jump hinter mir. Weiter geht's. Ja, komplett lost. Oh, aber hier ist schon der Checkpoint. Dann ist es ja ganz entspannt. Guys, falls ihr hier von By the Way nichts mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo. Das wird mich wie immer riesig unterstützen. Und wir kriegen den Hammer-Bruder-Blumenpflanzen-Ding aus Newer Super Mario Bros. Wii. Wie krass. Sehr, sehr strong tatsächlich. Falls ihr Newer Mario Bros. Wii nicht gesehen habt, checkt auf jeden Fall oben das I aus. Da ist es nochmal verlinkt. Das war geisteskrank. Das war der beste Hack, den wir je gesehen haben. Oh, wir brauchen den Kollegen, um an die Starcoins zu kommen hier unten, glaube ich. Kollege, bitte, komm mal her. Let's go. Let's go. Haben wir. Starcoin. Nein. Nein. Was? Sus. Aber das kann man noch cheesen. Ja, natürlich alle drei Starcoins in unsere Tische. So muss das. Hier ein bisschen über die Kürbisse drüber. Oh nein. Hier wird es doch bestimmt in einen reingehen. In den hier. Das würde Sinn machen. Let's go. Da habe ich es auch gecallt. Wie im Callcenter angerufen. Das ist nur fürs Ziel? Ah, damit man oben das One-Up bekommt. Ganz genau. Moonview Ascent. Okay. Auf einmal eine Eiswelt geworden. Ah, macht Sinn. Jetzt ist der Herbst vorbei. Jetzt sind die Blätter alle down gefallt. Und jetzt ist halt Winter. Macht Sinn. Und jetzt ist dieses Berndas Brot Prinzip. Rechts raus, links rein. Und die Koopas sehen auch aus wie ein Nuwa V. Die haben nämlich ihre coolen, freshen Papstmäntel an. So. Und weg mit dir. Let's go. Oh, jetzt werden wir auf die Plattform warten. Um hier hochzukommen. Das sieht sehr sasta links aus. Ah, nein. Bitte. Ah, wir fallen alles wieder runter. Alles klar. Aber jetzt. Und da ist die erste Starcoin. Oh, das ist auf jeden Fall ein längeres Level als erwartet. Und ab durch die Röhre. Und hier erwarten uns Koopas der Checkpoint und hier drüben ein ultra krasses Item. Dann halt nicht. Aber dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Findet ihr dich auch? Je weiter wir in den Hack kommen, desto passender wird er zur Jahreszeit. By the way, falls ihr Rauschen im Hintergrund hört. Das liegt daran, dass es einfach unmenschlich heiß ist und der Ventilator wie ein Propellerflugzeug in mein Gesicht rattert. Passend zur Jahreszeit weiter jetzt auch wieder kälter wird. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Das sieht sehr weird aus hier. Oh, das fällt sogar runter. Okay. Okay. Wir haben wieder innovative Ideen. Er hat's gesagt. Er hat's gesagt. Wow. Wow. Oh, die machen sogar Damage. Was? Ach, Mann. Warum? Warum? Aber ist okay. Ist okay. Wie soll das denn bitte möglich sein? Nein. Diese Starcoin ist wunderschöööön. Wie soll man da dran kommen? Das wird schwierig. Vielleicht so. Ganz genau. Let's go. Hier wird die Feuerblume mitgenommen. Oh, hier sind voll viele von diesen Kugeln. I don't like this. Oh, hier ist schon das Ziel. Nein, wir haben die zweite Starcoin verpasst. No way. Ja, die holen wir nach und ich schaff's nicht mal ganz. Doch. Ah, lol. Ich dachte, das war nicht oben an der Fahne. War ein bisschen. Egal. Holen wir die Starcoin. Oh, wenn man hier alle Pflanzen besiegt Ja, lol Okay, ja, muss man auch erstmal drauf kommen Tetromino Switch Palace Ganz genau Wieder mal ein Schalterpalast Kennen wir auch aus Newer Wii Die werden ziemlich viele Sachen wieder verwendet Sogar die viel zu krass laute Castle Musik Haha Oh, ich mag diese Sprünge hier gar nicht Die sind ganz, ganz schlimm Okay, müssen wir warten, bis sich das gedreht hat Um hier durch die kleinste Lücke der Welt reinzuspringen Und natürlich auch wieder raus Okay, okay Oh, was sind diese Jumps? Oh mein Gott, ich mach's mir aber auch viel zu schwer Oh Gott, bitte Da ist ein Hothead, das weiß ich Oh, jetzt will ich wissen, was da unten ist Einfach nur ein One-Up, cool, cool, cool Das bewegt sich hier nicht Das ist einfach nur in Tetris-Form hingelegt Oh, oh, oh Bitte, hör doch auf Das ist ja ganz grauenhaft Ah, bitte Dass ich den noch gefreezt hab Nein Was ist das denn? Äh, was war das denn, bitte? Ne, das war dumm Das war komplett dumm Oh Ey, das war genauso knapp Das war genauso knapp Oh Gott, oh Gott, oh Gott Hier sieht schon nach Ziel aus Mal gucken Ich hoffe, es gibt jetzt keinen Bosskampf Weil das ist ja nur der Schalterpalast Habe ich recht? Ganz genau Boom Alle So-Blöcke sind jetzt geturnt in So-Blöcke Ganz genau Und damit sind die Blöcke hier am Anfang gemeint Und wir kommen jetzt hierhin In das unbekannte Island See you next time Mit dem Newer-Logo Einfach wie cool Gratulation Ist schon fertig Kein Endboss Alle drei Star-Coins See you in Newer Super Mario Bros. DS Ähm, da sehen wir uns nicht Sorry, aber das ist leider nicht geplant, Guys Heißt das Das ist das große Finale gewesen? Ich bin ein bisschen enttäuscht auch Ich dachte Boah, jetzt nochmal ein epischer Bosskampf oder so Das war ja eigentlich nur lame Aber ganz kurz dazu Newer Bros. DS Werden wir nicht spielen können Weil das kein Widescreen unterstützt Und dann ist das nur kleiner, das Bild Und das wollen wir gar nicht Deswegen, Guys Wenn euch das Ganze gefallen hat Und ihr nächste Woche einen Hack wollt In dem Jedes Teilset von Hand gezeichnet wurde Dann lasst jetzt ein Abo da Dann werdet ihr nächstes Mal benachrichtigt Wenn die Folge kommt Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag Bis dann Ciao, ciao, Leute Bis dann